Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von, oder zu einer weiteren Session von Civilization VI und Brasilien. Und ja, zunächst einmal ist ein bisschen was passiert seit meiner letzten Session. Da musste ich ja aufgrund eines klitzekleinen Notfalls schnell, schnell weg. Und seitdem, also es war alles in Ordnung, kein Problem, alles im Rahmen, nichts Weltbewegendes passiert. Und ja, seitdem ist ein bisschen was passiert hier im Zipf-Universum. Und zwar ist ein neuer Patch rausgekommen. Der erste große von Firaxis und der hat so ein bisschen, zielte er darauf ab, die KI-Mängel zu beheben. Wer da tiefer gehen möchte, der schaut am besten auf www.gamestar.de vorbei. Da gibt es also einen sehr, sehr guten Artikel darüber. Und das ist ihnen also nur bedingt gelungen. Größter Kritikpunkt war, dass also die KI, also Punkt Nummer 1 ist, sie strunzen dumm, dass sie hier also diese Bezirke an unmöglichen Stellen gebaut hat, wo sie einfach nicht genug Bonnie dafür bekommt. Und es wurde so ein bisschen gefixt, allerdings noch nicht zur allgemeinen Zufriedenheit. Und ja, uns soll es nicht weiter stören. Mich ärgert so ein bisschen, da ich halt auch in diversen Foren gelesen habe, dass die KI selbst auf dem Schwierigkeitsgrad Gottheit, wo sie ja cheatet ohne Ende, wo sie ja mit, weiß ich nicht, wie viel Bonnie pro Runde belohnt wird, relativ einfach zu besiegen sein soll. Inwieweit das jetzt stimmt, vermag ich jetzt nicht zu kontrollieren. Entzieht sich also irgendwie so meiner Kenntnis, ob das jetzt wirklich wahr ist, oder ob die Leute da immer gerne übertreiben, das weiß ich nicht, soll uns eigentlich erschnot sein. Mich ärgert trotzdem so ein bisschen, dass wir, oder beziehungsweise, dass ich hier nur auf Prinz angefangen habe. Aber das soll uns jetzt auch nicht weiter stören, denn wir wollen hier weiter fleißig vor uns hin zivilisieren. Hier oben war Candy. Okay. Neu ist übrigens auch. Trinkt uns ja jetzt überhaupt nichts. Achso, nein. Wir wollen keinen Krieg erklären. Können wir auch nicht hin. Neu ist übrigens auch. Was ist hier denn eigentlich? Quest Handelsweg entzünden. Ach ja, hier haben wir mal Quests. Das ist schön. Dann können wir mal schließen hier. Neu ist auch hier oben, diese Berichte. Die kann man sich hier oben, hat man also so eine Übersicht, die mehr schlecht als recht ist. Ja, sie ist halt da. Und jetzt wollen wir mal gucken. Hier haben wir eine strategische Ressource. Ich weiß gar nicht mehr so. Es ist ein bisschen her. Ich muss mich erstmal ein bisschen einfuchsen. was wir denn hier beim letzten Mal eigentlich tun wollten. Was haben wir denn da eigentlich? Ach, das ist unser... Was wollten wir mit dem machen? Eine andere Stadt aufwecken. Aktionen. Der konnte, glaube ich, ein kostenloses Gebäude bauen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, nee. Ähm, ja, dann... Nee. Dann machst du die nächste Einheit. Ah, hier können wir einen Handelsweg. Okay. Ähm, ja, dann gehst du einfach mal hier hin, oder? Nee. Doch. Weg beginnt. Ach, das war... Ah, wahrscheinlich ist die Handelsroute irgendwie abgelaufen. Ja, ich glaube, das war's. Ähm, bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Okay, nächste Runde. Wir werden uns schon hier wieder ein bisschen einfuchsen. Ähm, jetzt wollte ich hier den Handelsposten bauen. Ähm, was machst du denn da eigentlich? Ähm, du konntest ja mal da hingehen. Du solltest dich hierhin bewegen. Ach ja, du bist ja auch neu. Du warst ja da... Bam. Ah. Immer noch nicht. Barbarenland-Sperrkämpfer. So, ich würd mal hier... Oh, was willst du denn? Das ist doch die Griechen, oder? Aha. Ach, da lächelt sie wieder freundlich. Glaubt, mein Muli-Bohnert. Seid ihr wirklich so feige? Ähm, ja, äh, auf Wiedersehen. Tschüss. Was sollen wir denn? Was? Euer Versprechen erhalten? Was? 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 Was wollte ich tun? Du heilst dich mal. Ach so. Ja, ich habe mein Versprechen gegenüber dem Römischen Reich gehalten. Na, schön. Gucken wir mal da hin. Ich dachte schon, was will sie denn jetzt? Gucken wir mal da oben. Was ist jetzt auch... Ähm, schön wäre auch, wenn wir irgendwie jetzt mal einen Hafen... Ach nee, hier in Fortessa haben wir ja... Ah ja, Fortessa wird erstmal ein bisschen expandieren. Wir haben ja hier auch, ähm, die Fruchtbarkeits, äh, Göttin, äh, unsere Städte wachsen also sowieso schneller. Hier, wir produzieren mal einen Campus. Ähm, hier würde ich auf jeden Fall noch eine Stadt hinbauen. Einfach mal gucken, was das so bringt, wann denn die Städtegrenze erreicht ist. Ähm, wie schaffen wir den? Oh, deutlich in der Lage. Ähm, na dann, heizte dich mal. Nächste Runde. Warum hat jetzt nur zwei Städte oder so? Die ganze Welt ist die Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spiele. Genau, die ganze Welt ist eine Bühne. Okay. Ähm, Drama und Richtung Erfolg ist so begierig. Drama und Dichtung aus... Drama und Dichtung, ja. Ähm, egal. So, weiter geht's. Ähm, was können wir denn hier machen? Weiter Ausrichtungsbaum. 50% Produktionsbonus. Eigentlich wollte ich ja gar nicht so auf Kriegsmaschinerie gehen, aber... Das ist jetzt natürlich der schnellere Weg. Theologie. Geschichtsaufzeichnungen. Ah, plus zwei Wissenschaft. Ja, das machen wir doch hier. Das hört sich gut an. Was können wir hier? 100% Campusbezirk, Nachbarschaftsbonus. Ja, die... Das nehmen wir doch. Das hört sich gut an. Ähm... Ähm... Ah, Arne hat benötigt Befehle. Weil du kannst dann mal hier... Und dann geht... Ich sagte... Und dann gehst du hier rein. Ah, hier unten ist Kupfer. Okay. Okay. Aha. Ach, da unten ist noch ein Späher. So, dann müssen wir uns mal ein bisschen wieder einfuchsen. Nächste Runde. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Runde 81. 850 vor... Wir sind ja immer noch vor Christus. So, dann kannst du den mal weghauen. Kriegst du ein bisschen XP, Bonnie. Du gehst mal hier zurück. Ach, schon wieder eine große Persönlichkeit. Salvador de Bahia. Braucht mehr Wohnraum. Naja. Toll. Okay. Was bauen wir denn? Ach, wir bauen hier sowieso einen Campus. Hier bauen wir so ein Handelszentrum. Braucht noch zwei Runden. Gehen wir mal nach Salvador de Bahia. Das war ja hier, war... Also, auf jeden Fall mit Wachstum sind wir Nahrungsüberschuss plus vier. In 13 Runden wachsen wir. Ich glaube, die Annehmlichkeiten, die haben hier was mit der Stadtgröße zu tun, nicht? Äh, mit der Städteanzahl, oder? Das heißt also, wir brauchen... Ich denke, dass das so ein... Ja, so ein relativ einfacher Zusammenhang ist. Also, je Bonusressource oder je Luxusressource kriegen wir also eine Annehmlichkeit dazu. Ja, vier Luxusgüter. Also, das würde jetzt für mich Sinn ergeben. Bei drei Städten glücklich. Und das heißt, wenn das also ausgeglichen ist, dann kriegen wir also diesen... Diesen Bevölkerungsbonus halt nicht. Ja, baut Kolosseum. Also, auch durch... Ja, hier durch Ausrichtungen und so weiter können wir das also erhöhen. Ah ja, hier Kriegsmüdigkeit. Wieso, wir haben acht Wohnraum für sieben Bürger. Warum ist das so ein Wohnraum? Das ist doch... Das ist doch gut, oder? Das ist gar nicht, was die wollen. Hm. Naja. Gut, da werden wir hier dann also nochmal demnächst ein... Ich habe ja, glaube ich, immer noch hier... Wo war denn das? Ausrichtung, Technologie... Hier nicht. Na, wir haben hier klassische Republik. Das kann ich Ihnen hier noch ändern. Das hier. Landvermessung. Reduziert die Kosten bei Kauf. Ja, Wunderproduktion. Plus zwei Gold durch Handelswege. Brauchen wir nicht. Plus eins Produktion. Plus 50 Prozent. Ah je, ich habe ja hier immer noch die Produktion für Handwerker drin. Das werden wir auch gleich mal in Anspruch nehmen. Ja, jetzt haben wir hier also Mittelalter Abu Al-Kazim Al-Zarawi. Ja, den werden wir auch nehmen. Den rekrutieren wir natürlich. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem machen soll. Aber wir werden sehen. Zur Ruhe setzen. Ah ja. Löst das Heureka für eine Zuwanderung des Mittelalters oder der Renaissance aus. Ah ja. Das heißt, wir sind ja jetzt hier aktuell... Wo sind wir hier? Wir sind hier aktuell... In der Klassik. Gehen jetzt hier ins Mittelalter. Und... Ja, wenn wir die Renaissance hätten... Oder wenn wir hier... Behaltet einen großen Wissenschaftler. Bildungswesen ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das werden wir dann, glaube ich, auch danach mal machen. Nachdem wir den Steigbügel zu Ende... Nein, du machst das so. Dann machst du das so. Bonus. Wir müssen drei Minen bauen. Und dann geht das auch schneller. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dass man das also quasi durch... Das hatte ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon erwähnt. Dass man das also durch bestimmte Taten beschleunigen kann. Diese... Die Forschung. Dass man also... Dass also quasi der Forschungszweig nicht ganz so stark ist. So, du gehst mal da hin. Du gehst mal hier erstmal hin. Und dann da hin. Das ist halt so. Okay, jetzt bauen wir noch eine Runde. Dann haben wir das Handelszentrum fertig. Sehr schön. Fortaleza brauche mehr Wohnraum. Ähm, ja, da können wir jetzt hier auch mal die Bürger verwalten. Wie gesagt, also ich werde jetzt hier mal noch eine ganze Reihe von 19 Runden bis zur Ausdehnung. Eine Krabbe wäre auch nicht schlecht. Kornspeicher. Kornspeicher. Viel Wohnraum für drei Bürger. Ah ja. Ja, ich kann jetzt also einen weiteren Handelsweg erstellen. Hatte ich hier eigentlich nicht noch schon irgendwo? Eine heilige Städte wollen wir nicht. Jetzt haben wir hier ein Handelszentrum gebaut. Wo haben wir den gebaut? Haben wir den hier gebaut? Ja, da haben wir da gebaut. Aber jetzt bauen wir, also wir könnten jetzt natürlich hier noch ein Orakel. Wir bauen hier aber mal Handwerker. Wir bauen Handwerker. Dann kommst du mal hier ran. Du gehst mal hier hin. Dann ruf dich weiter aus. Und du gehst mal da rein. Geh mal hier ran. Schnell weg hier. Den Spieler wollen wir auf jeden Fall safen. Jetzt können wir hier noch einen Gesandten schicken. Ähm, hier haben wir drei Gesandte, drei Gesandte. Ja, der bringt uns nicht. Machen wir den einfach mal nach Valetta. Ich meine, wir könnten jetzt auch, wo waren das mit den Gesandten? Hier, Religion, Regierung. Wo waren das hier Gesandte? Was hier? Weltrangliste. Stadtstaaten. Handelsweg. Ah ja, ich kann hier noch einen Weg verwenden. Okay. Das heißt, du, ich weck mal auf. Genau. Und dann gehst du mal nach Rio. Sehr schön. Dann nutzen wir nämlich diesen Handelsweg auch. Haben hier auch dann bald eine schöne Straße. Super. Und haben dann quasi unser Reich so untereinander schon vernetzt. Dort ist doch, dort ist doch toll. Hier wird dann Kornspeicher fertig. Das Blöde ist, dass ich halt noch keine... Blöde ist halt echt, dass ich noch kein Lager habe für Militäreinheiten. Bis mal dahin. Hier unten könnte man übrigens auch noch ein Städtchen gründen. Aber ich will dann danach erstmal hier oben eine Stadt gründen. So, was wollte ich hier? Monument, Stadtmauern brauchen wir nicht. Handelszentrum brauchen wir nicht. Theaterplatz brauchen wir nicht. Straßenkarneval. Ach ja, das ist ja... Ah, Straßenkarneval. Das ist ja mein Bezirk. Ein ausschließlich... Also mein Spezialbezirk. Das ist ja... Ach nee, das Handelszentrum ist aus anderem. Das wäre natürlich eigentlich dann plus zwei Annehmlichkeiten. Ja, das wäre... Dann könnten wir mehr Städte bauen. Das wäre ja dann später, wenn wir dann irgendwann expandieren, sinnvoll. Aber was hier noch viel besser wäre, Katapulte, wäre doch eigentlich... Wie komme ich an diese Krabbe ran? Befördert die Grundkosten. Marine, Anna, kann ein Küsten hier operieren. Das wäre doch mal was, damit wir hier mal so ein bisschen hier rumschippern können. Und noch ein bisschen was entdecken können. Einfach die Karte mal ein bisschen auf. Wir haben sechs Wohnraum, drei Bürger. Ja, ja. Also die hier wachsen wir ja auf jeden Fall richtig schön. Richtig schnell. Wir machen hier auch gleich mal die nächste Runde. Hatte ich hier oben nicht noch irgendeinen Knüppel da? Was, was, was macht der denn da eigentlich? Ähm, so. Das heißt hier, ich will hier auf jeden Fall Sicht haben. Nach da. Du gehst mal zurück. So, du bist fertig. Dann nächste Produktion. Straßenkarneval wäre natürlich cool. Ähm, aber wir bauen hier noch einen Handwerker. Die Frage ist, was machen wir mit dir? Was braucht Rio? Durch Ausrichtung. Hier, ach hier halten wir mal. Komischerweise plus eins noch. Durch unsere Ausrichtung. Wohnraum haben wir auch noch genug. Ähm. Die Frage ist, also du kannst ja bestimmt nicht hier da irgendwie was hinpflanzen. Ähm. Aber ich will mal mit dem hier so eine Mine bauen. Und da unten. Hier haben wir jetzt, hier haben wir ja schon Bezirk. Ähm, ach so. Das geht wieder nicht. Naja, toll. Überspringen den mal. Brauchst du denn noch mal Handwerker? Als nächstes bauen wir dann noch einen Siedler. Damit wir hier auf unsere vier Städte kommen. Und bin mal gespannt, was dann passiert. Du guckst mal hier hin. Und verschanzt dich da. Du gehst da oben hin. Du brauchst dann einen Aktionskorb. Ja, jetzt haben wir nur noch drei Aktionspunkte. Warum? Weiß keiner. Hatte ich nicht mal vier? Der war so. Ähm. Du machst hier dasselbige. Du gehst hier hoch. Wir haben halt echt erstmal nur Streitwagen. So kann ich... Naja, mit dir kann ich noch nichts machen. Das heißt, du gehst mal hier runter. Ah ja, ich bin jetzt im Mittelalter. Wenige Erfindungen waren so einfach wie der Steigbügel. Aber kaum eine hatte einen dermaßen katalytischen Einfluss auf die Geschichte. Ja, der Steigbügel. Dafür bräuchten wir aber Eisen als strategische Ressource. Ähm. Das wäre doch mal... Also ist das hier überhaupt schon... Kann ich das schon kaufen? Ich habe eine neue... Quest. Toll. Ähm. Was machst du? Was willst du? Ähm. Ja, ich will eigentlich dann mal hier runter, oder? Vier Runden. Das wäre doch mal was. Damit ich halt mal, ähm, so ein bisschen... ...den Gegner überrollen kann. Ja, du kannst dich jetzt hier mal... Du verschanzt dich. Dann machst du mal looky, looky. Unsere Grenzen müssen bewacht werden. Jetzt habe ich da oben... Die Frage ist... Objekt Geländefeld. Das ist ja hier noch nicht in mein... Nee, kann ich nur... Das ist halt noch nicht in meinem Einflussbereich. Das ist ein bisschen doof. Auch das hier... Ja, auch der hier nicht. Also ich kann den hier nicht kaufen. Schade. Dann braucht natürlich auch unser... Dann braucht natürlich hier auch unser... Hier habe ich natürlich viele Steine. Jetzt bin ich da... Naja, gut. Ähm. Was macht denn Rio hier eigentlich? Ich kann mal hier noch... Trio macht den. So. Hm. Was mache ich denn, wenn hier alles voll ist? Weiß auch keiner, oder? Guck doch mal in die Techno. Ach so, wir müssen ja sowieso hier... Ach nee. Das ist Ausbildung. Das ist eine Fernkampfeinheit. Astrologie. Kann ich den Hafen bauen? Das war ja bis jetzt noch nicht so mein Ding. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Fischerboote? Kann ich doch... Warum kann ich denn hier? Also warum kann ich in Fortaleza keine Fischerboote bauen? Produktion ändern? Zirka-Gebäude. Empfohlen Theaterplatz will ich nicht. Ich kann hier keinen... Ach, wahrscheinlich... Ich brauche dafür einen Hafen nicht. Das wird es, glaube ich, sein. Ein Bezirk, der... Ich glaube, ein ganz... Ja, das ist... Das ist unerlässlich, übrigens... Das hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt. Unerlässlich für eine große... Für eine große Stadt einfach. Jetzt steht der da auf meinem... Warum stehst du denn da? Hau ab da. Was war? Was ist passiert? Mehr Wohnraum. Okay. So, dann haben wir jetzt hier also neun. Ja, das heißt... Pass auf, wir machen das mal voll. Du haust hier... Gar nichts rein. Weil du kannst da nichts reinhauen. Ähm, du... Geländefeld kaufen. Wir haben ja genug Gold. Das heißt, wir machen das mal so. Ähm. Nein. Das wollte ich nicht. Das heißt, du machst das mal so. Und haust hier... Einmal Stein rein. Das bringt uns ja mal wieder Wohnraum. Ähm, Bürgerverwaltung. Ich finde auch diese Stadtnavigation so ein bisschen unvorteilhaft. Das heißt, du gehst mal weg. Wir machen das so. Genau. Perfekt. Und das heißt... Ne, wir haben immer noch keinen Wohnraum dadurch bekommen. Ähm... Es wird nichts produziert. Das heißt, wir bauen... Wir brauchen irgendwie Wohnraum. Ein Aquädukt wäre cool. Und wir kriegen hier... Das heißt, das bauen wir auch mal. Ach nee. Das muss ich hier wieder auf dem extra Feld bauen. Die Modernisierung wird beim Bau... Achso. Ah, ich muss das also hier so hinbauen. Weil hier der Fluss ist. Ah ja, das ist ja... Warum kann ich es da nicht hinbauen? Das erschließt sich mir nicht. Also, warum muss ich das jetzt hier hinbauen? Das Aquädukt. Ähm, ja, das können wir natürlich machen. Machen wir das mal so. Was braucht jetzt? Ich brauche jetzt acht Runden. Warum brauchst du jetzt acht Runden? Was soll das? Äh, das ist ja manchmal ja... Achso, weil hier... Ne. Weiß keiner, oder? Hm. Okay. Ja gut, dann gehen wir mit dir mal da rüber. Nächste Runde. Du gehst genau mal da hin. Sag dir doch, nächste Runde. Ah ja, hier ist der Campus bald fertig. Sehr schön. Ja, Inspiration mit der Aussicht, dass viele Schriftrollen in den Bibliotheken eurer Campus aufbewahrt werden sollen. Was aufbewahrt werden sollen? So rum. Komma. Beginnen die Menschen. Komma. Die Geschichte eures Reiches. Eure Entwicklung des Geschichts... Des Geschichtsaufzeichnungs... Die Geschichte ist die Version vergangener Ereignisse, auf die sich die Menschen geeinigt haben. Erfolg ist so begierig, dass Änderungen an der Regierungsform und Sozialpolitik in dieser Runde gratis sind. Das ist doch schon mal schön. Ähm, was kann ich denn? Plus zwei... Ach ja, hier, genau. Das sind diese Vermächtnisbonusse. Oder Bonnie, von denen ich erzählt habe. Das heißt, je länger man also das Ganze hier hat, desto mehr Bonnie bekommt man dafür. So, was können wir denn jetzt noch machen? Plus zwei große... Ja, das ist sinnvoll. 50% auf Siedler. Ja, denn... Ach nee. Also der bringt uns ja nicht. 100%... Ah ja, das ist gut, glaube ich. Campus... Das machen wir, das machen wir, das machen wir. Das ist gut. So. Machen wir mal die... Also, die sind ja aber auch schon ganz schön gewachsen. Ähm, jetzt habe ich also hier so ein Ding gebaut und bewirtschafte es nicht. Also manchmal müsste man mir die Logik mal erklären. Oder wird das schon automatisch bewirtschaftet? Dort sehe ich ja jetzt nicht. Hm. Okay. Naja, gut. Also zumindest du baust da oben auf jeden Fall mal ein Bergwerk dann. Ach nee. Die habe ich nicht. Äh. Manchmal bin ich auch besoffen, oder? Ich habe hier noch eine Dings. Warum bis... Ach, der war die ganze Zeit da. Uff. Buscher. Ei, ei, ei. So, das heißt, du gehst mal da hin. Ja, entschuldige bitte. Also manchmal bin ich hier etwas verwirrt. Okay. So, dann haben wir jetzt... Könnten wir hier die Bibliothek bauen. Wir könnten hier die Stadt mauern oder eine Wassermühle bauen. Das würde hier nochmal ein bisschen mehr Nahrung produzieren. Hm. Ich muss mal gucken. Produktion. Ja, Produktion ist in Fortaleza ganz gut, wa? Bei 105. Ah ja. Hm. Ansonsten würde sich das natürlich nur hier oben anbieten. Ja, wir brauchen halt auf jeden Fall noch eine Stadt, die wir dann halt zur Produktion von militärischen Einheiten nutzen. Und das würde ich mal sagen, ist dann unsere nächste Stadt, nachdem wir dann hier einen Siedler produziert haben. Oder wollen wir jetzt hier einen Siedler produzieren? Der braucht allerdings 16 Runden. Das ist natürlich ein bisschen doof. Bringt Wissenschaft und große Wissenschaftlerpunkte. Nee. So. So. Wunder. Ach, Kolosseum ist ein Wunder. Ach. Ach. Ach du grüne neuner. Plus drei Anlehmigkeiten durch Unterhaltung. Nee. Wir bauen hier erstmal die Bib, die Bibliothek. Ich muss eine Ausrichtung wählen. Das machen wir doch mal. Die Geschichtsaufzeichnung, die haben wir ja schon. Kriegen wir jetzt also 100% Campus-Bezirks-Nachbarschafts-Bonusse. Also es kommt mir schon sehr, sehr komplex vor, das Ganze hier. Um es beim ersten Mal zu durchschauen. Was ist jetzt passiert? Wer hat gestöhnt? Ist doch alles gut. Oder? Ja. Okay, das heißt, du kannst hier also dann hier die Mine bauen.